ja hallo hier ist risslante meyer pater holmes coach hamburg berlin in der nähe von mono ist mein video blog rund um die themen der beziehung und liebe auf wir kommen zu liebe schiff party wird richtig schön voll die haben extra noch ein paar tickets da rausgehauen kommt zur lesung im september zu den boot camps wird der veranstaltungs monat wer weiß was wie das kommt und ich hoffe diejenigen die da die berechtigung haben machen schon mit bei soul matching ja heute haben wir wieder die frage aus einer bewertung einer beziehung ich habe ja so einen zahlenstrahl da geht es von minus fünf bis plus fünf und da geht es ja darum also welche rollen nimmt man so an immer eher so dieses plus polige ein bisschen immer zu nah dran oder dieses minus polige mal zu weit weg vom partner und meine theorie besagt ja dass dass man sich da also die summe oft eben null ergibt also plus zwei der minus zwei und so weiter und je höher die werte sind umso toxischer wird es halt und man sagt halt so minus fünf plus fünf minus vier plus vier beziehungen sind eben toxisch unterhalb von drei ist es nicht toxisch aber was ist damit plus drei minus drei beziehungen ich glaube so einer haben wir hier ich weiß natürlich letztlich nicht genau aber so bauchgefühl mäßig ja schreibt mir das so eine zu sein und die also wenn du dich dafür mehr interessiert habe sonnen bei mir auf der website auf liebeschip liebeschip.de schräg schräg store das gleich das erste produkt mit buchkapitel über toxische beziehungen das umsonst ding da ist auch der zahlenstrahl dabei und solche geschichten ich pack das hier glaube ich mal drunter als link wenn ich vergesse so also eine nachfrage von ariela so hallo christian seit 2017 verfolge ich nun deinen kanal und habe auch deine hilfreichen kurse gebucht herzlichen dank dafür das hat dazu geführt dass ich mitte 30 nach zwölf jahren single dasein gespickt mit zahlreichen schmerzhaften affären und beziehungsanwarnungen mich endlich in einer beziehung mit einem mann wieder finde der es ernst mit mir meint und den ich auch an mich ranlassen können ja herzlichen glückwunsch erstmal gute arbeit meine bindungsangst mischt ja gern mit und da ich immer noch auf und möchte aufmerksamkeit aber ich würde sagen dass ich nicht mich an ist in meinem inneren gut analysieren reflektieren kann und es geschafft habe auch nach einem halben jahr noch dran zu bleiben dass er bei der magischen momenten nicht 200 tage grenze wo es dann auf zum schwur kommt worauf ich möchte ich stolz bin denn ich spüre die veränderungen und fortschritte durch deine arbeit ja ja sehr schön muss man am anliegen interessant ist dass mein freund und ich keine beziehung die führen die toxisch ist aber auch nicht optimal also erstmal muss ich sagen leute die ewig single sind ich habe ja so drei kategorien das wird immer wieder so ein bisschen vergessen also das lege ich so da in modul 4 koopiengebindungsangst es gibt die kategorie er so egoistisch anführungsstrichen narzisstisch wo ich das wort ja ich bald nicht mehr hören kann dann gibt es die kategorie so pluspolig liebesüchtig und dann gibt es die kategorie bindungsängstlich aber trotzdem sonnen ja wie soll ich mal sagen sondern trotzdem eigentlich ersten koop hängiges muster und diese letzteren diesen häufig ewig single so warum und wieso wird es glaube ich zu weit führen hier aber könnt ihr gerne mal reingucken den kurs aber und aber diese koop hängige bindungsangst die gehen sehr gut mit menschen die vielleicht ein bisschen zu egozentrisch sind also ohne jetzt da wieder diese ganzen wörter auszupacken weil letztlich können wir alle pole einnehmen ob das passt oder nicht also wir alle haben das in uns das hängt auch ganz viel mit dem partner zusammen was der aus einem rausholt toxische beziehungen ohne das schlechteste aus einem raus und gesunde beziehungen eher das beste so aber ja trotzdem so alles keine wertung sein ist halt alles nicht so einfach so nur zu einem anliegen interessant ist dass mein freund und ich keine beziehung von die toxisch aber sie ist aber sie ist auch nicht optimal und wir haben immer wieder konflikte die daher rühren dass er in meinen augen leicht egoistisches verhalten an den tag legt und zwar meinst du damit er vergisst in manchen situationen für mich mitzudenken er grenzt sich manchmal zu stark ab und vergisst mir bescheid zu geben wenn er pläne macht die mich auch betreffen wenn ich diese dinge anspreche ist er sehr getroffen und hat kein problem damit die kritik anzunehmen ja das ist ja schon mal also kein schlechtes zeichen gutes zeichen viele menschen können ja gar nicht mit kritik vor allen dingen so die krassen minus pole und gut dass jetzt warum denke ich könnte so minus drei plus drei beziehungen sein man kann das jetzt so oder so sehen ist jetzt die frage was vergisst er so ne dann du sagst er grenzt sich zu stark ab jetzt wissen wir ja so wenn man ein bisschen plus poli unterwegs ist wie du vielleicht grenzt man sich viel zu wenig ab so ne also was ist jetzt zu stark irgendwie so ne vielleicht ich rate ja vielen plus polen dass die wenn sie an sich arbeiten dass sich viel mehr abgrenzen vielleicht ist es auch vielleicht ist es nicht zu viel vielleicht ist es sogar eigentlich ganz angemessen ich weiß es nicht ja jetzt keine konkreten beispiel weit ist aber auch zu viel so ne vor allen dingen ja klar wenn es pläne vergisst mir bescheid zu geben in der pläne macht die auch mich betreffen klar ja so also wenn ich diese dinge anspreche ist er getroffen hat auch kein problem damit die kritik anzunehmen denn er weiß auch dass er ein problem mit empathie hat ja gut empathie ist natürlich nicht so pralle wenn man dann problem mit hat wie gesagt ich weiß es nicht wie ernst du das meinst war wenn du man vielleicht hat jemand nur einen schlechten tag das ist natürlich nicht so schlimm wenn jemand nur einen schlechten tag hat man kann natürlich keiner funktioniert immer und jeder partner vergisst mal irgendwas aber wenn du sagst er hat ein durchgängiges empathie problem wäre ja nicht so gut ne da ich ein koabhängiges bindungsmuster aber träge mich solche sachen sehr und es überfordert mich manchmal der ich sehr schwein schätzen kann man nicht etwas ansprechen soll weil es auch mein problem ist ja das ist sein problem und trotzdem muss es ansprechen also wenn ich irgendwann anträge hat muss es ansprechen wenn jetzt jemand auf die rumtrampelt und du sagst das tut ja jetzt mir weh dann ist ja nicht so ein problem muss ich mit dem schmerz umgehen wird ja auch nicht machen da wird sie auch sagen hey es trägt mich gerade an dass du auf mir rumtrampelst kannst du mal runter gehen da würden wir jetzt natürlich anders ansprechen aber jetzt mal so es spielt keine rolle es trägert dich an du musst in dieser beziehung leben klar wäre es schön wenn wir in der welt wären wo es keine träger gibt sind wir nicht und klar zeigen muss die träger wo unsere eigenen themen sind aber sind beziehungen ja auch da beziehungen sind ja vor allen dingen da um sich weiterzuentwickeln und nicht immer um glücklich zu sein so ist leider so und da musst du halt gucken ob du das aus also ob du sozusagen diese anzahl der träger der kommt ob du das konstruktiv verarbeiten kannst oder ob es einfach zu viel ist und wenn es zu viel ist dann ist es zu viel scheißegal ob es deine träger sind aber ich stelle mir einfach die frage soll ich in dieser beziehung bleiben die ganz klar nicht toxisch ist aber in der ich mich oft getriggert fühle ich sehe natürlich entwicklungspotenzial für uns beide in dem wir beide oft miteinander reden und ich würde es mir auch sehr wünschen dass wir jetzt hinkriegen eine harmonische beziehung zu führen wir machen beide eine therapie das zeigt ja auch dass er an sich arbeitet und das finde ich sehr schön ja es ist wunderbar wenn wir schon an sich arbeiten nur ja könnte natürlich jetzt auch denken wäre vielleicht also für euch als paar jetzt nur als paar für eine paartherapie gut und vielleicht schneller zum ziel führt einzeltherapie ist natürlich mal die frage wann weil die dauern ja jahre unter umständen wann haben die welche wirkung auf eine bestehende beziehung oder vielleicht sogar eine negative wirkung weil man immer mehr merkt es passt nicht und und ich sage ja immer wenn man gerade so am anfang ist er noch am anfang also nur eine beziehung sein kann wenn der partner vor und zurück therapieren macht und man wartet einfach darauf wann wann schlägt die therapie an das ist eine schlechte sache weil weil also wenn man nur jemand zusammen sein kann wenn er sich komplett umkrempelt das ist schon auch ein co-abhängiges muster wenn man das dann toleriert und erwartet dass der andere es tut und hat aber einfach keinen bock zu und ist auch zu viel und dann wäre es trotzdem noch ein riesen fortschritt diese beziehung weil du einfach überhaupt mal jetzt eine beziehung drin bist die zwei tage überwunden hast und die nächste ist dann vielleicht lockerer und dann noch einfacher so ne aber wie gesagt ich kann das letzten endes jetzt nicht sagen ist es aber beziehungen sollten schon locker also es zumindest mal ein anliegen für euch dass sie locker und leicht sind und spaß machen das war ich sehe mich da als high performance coach für euch und ja so oder soll ich mich jemand suchen mit dem die kommunikation easy läuft wenn es gar nicht so viele triggermomente gibt das wäre wahrscheinlich unkomplizierter dank für deine einschätzung und dass du die wertvolle aufklärungsarbeit machst ja ich meine das ist deine entscheidung ich meine klar ich finde man sollte nicht an jemand festhängen wenn man letztlich einfach nicht zufrieden ist so warum auch immer und klar was natürlich nicht was als nächstes kommt natürlich nicht immer gesagt dass es der weg geht ja nicht gradlinig man weiß es nicht aber naja wenn du schon selber sagst ist eigentlich ganz schön anstrengend und warum so mir nie etwas einfacheres ich denke du wirst schon die antwort finden mich mir ganz sicher so ja genau wenn du solche fragen stellen willst kannst du einen formular auf liebe chip punkte machen da kann man auch angeben ob das auf den großen stapel soll ob du sicher antworten möchtest und wir werden es bald wieder sehen